Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Poughkeepsie Network. Vor kurzem haben wir euch von Elecom den Kartenreader vorgestellt. Review findet hier im Channel. Heute kommen zwei USB-Sticks, die es so in meinem Wissen noch nicht gegeben hat. Sprich, der eine ist ein Karabiner, das andere ist eine Büroklammer, eine witzige Idee für USB-Sticks. Und die möchten wir euch gerne ein bisschen genauer zeigen. Beides sind USB 2 und 4 GB an der Größe. Und die schauen wir uns doch mal gleich in Natur an. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir in Grün, sprich in Mint. Neben ein bisschen Papier ist schön verpackt der USB-Stick. Gut verpackt. Und hier haben wir ihn schon, den USB-Stick. Hier in der Farbe Blau gibt es in diversen, Rot, Schwarz, Weiss. Mehr dazu könnt ihr nachlesen in unserem Review auf www.poughkeepsie.ch. Unten ist die URL eingeblendet. Einfach mal reinschauen. Da findet ihr auch den direkten Link in den Elecom Shop. Hier die Möglichkeit, wie gesagt, der Büroklammer ist gegeben. Einfach so am Papier anstecken. Netter Werbegag und auch netter Gag, sprich unter Kollegen, um mal kurz Daten auszutauschen als Büroklammer. Habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich wirklich genial. Witzige Idee. Sehr kompakt, schmal. Was will man noch mehr? Und wie gesagt, sehr originell. Das Design kommt von Nendo. Ist in Japan eine sehr berühmte Design-Schmiede, sprich eine Design-Agentur. Und hier kommt schon der zweite USB-Stick in Form von einem Karabiner. Auch eine witzige Angelegenheit, sprich damit ihr den USB-Stick nicht verliert, könnt ihr ihn zum Beispiel am Schlüsselboden befestigen. Ihr könnt ihn am Rucksack oder sonst irgendwo. Ein witziges Design. Auch hier USB 2.0. Auch bei diesem Modell 4 GB Speicherplatz. Und auch hier gibt es diverse verschiedene Farben zur Auswahl. Mehr dazu und auch weitere Bilder und den Link, wo ihr das Ganze findet, auf www.pokipsi in unserem Review zu den beiden wirklich ausgefallenen, witzigen USB-Sticks von Elecom. Besten Dank fürs Reinschauen. Euer Pokipsi. Bald folgen weitere Elecom-Produkte hier im Review. Schaut also rein, abonniert unseren Channel. Und bis bald. Euer Pokipsi. Und tschüss.